Nein, 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 ich werde euch mit all meiner Macht bekämpfen, ihr Schweine, ihr habt Kenny getötet, ah, ich wusste es, na, ja, ist ja gut, beruhigt dich, beruhigt dich, nein, du wirst nicht in mich reinhüpfen, nein, scheiß gut, Yay, wir fangen wieder mit den Kack-Items an, muchas gracias, Dead Sea Scrolls, oh, geile, scheiße, wuhu, danke Dead Sea Scrolls, muah, ich liebe dich, wow, shit, overload, ja, die Leiter, na gut, von mir aus, und ne Bombe kaufe ich, So, brauche ich mich da ran, ja, okay, dann geht's Richtung Boss, nein, ihr Ausgeburten der Hölle, oh, nein, wir machen ein Herzschaden, Gottverdammt, Oh, au, 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 meine Nieren, oh, ey, ihr macht, ich kriege Plack von euch, das ist Wahnsinn, vor allem mit Tear Stone, oh, das habe ich ja schon fast ganz vergessen, Tear Stone, yeah, Wer blieb nicht, Tear Stone, bam, wow, Herzen, na, danke, die brauche ich ja wirklich, oh, okay, Die Bomben-Fanatiker, oh, die eingesperrt sind, oh, stirbt, so, oh, ne, warte, ich dachte, der kann mir den, ah, ja, komm, mach mal auf hier, Na, okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, reicht schon, so, und jetzt gehe ich nochmal hier rein, Na, wie sieht's jetzt aus, jetzt vielleicht, ah, okay, gute Nacht, auf dem wir wiedersehen, mehr Bomben, sind mehr Bomben, ist gut, ist gut, ist gut, Oh, Champions-Fliegel, Champions-Sach-Fliegel, nein, wow, wie bin ich da ohne Schaden ausgekommen, ich glaube Cube of Meat, ja, der hatte seine fleischigen Finger am Spiel, Puh, du verdammte Champions-Fliegel, so, und jetzt, hallo, nein, oh, ja, Carriott Queen, Karottenkönigin, ich esse mein Gemüse doch auf, was willst du? Oh, wie ich dich, oh, wie ich dich hasse, mag es ja nicht, oh, deine radioaktive Kacke auszuscheiden, wollte ich sagen, oh, oh, ja, in die Zeitephase, von mir aus, Da kannst du wenigstens nicht mehr scheißen, 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 so, scheiße, wie du bist, scheiße, das beliebteste deutsche Schrümpfwort, Schrümpf, oh Gott, Schrümpfwort, was ist ein Schrümpfwort? Ah, muss man nicht wissen, oder? Ne, muss man nicht wissen. So, ich schaue euch da noch schnell rein, bevor ich es vergesse, ich könnte ja noch, ähm, im Arcade an die Blutbank gehen, aber der Weg ist mir jetzt zu sagen, eindeutig. Oh, Justice, Justice. Okay, noch mehr gute Karten vielleicht? Oh, naja, manchmal hätte ich große Lust dazu. Emperor brauche ich nicht. Ah, die kann ich sehr gut gebrauchen. Immerher damit. Ja, 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 schon klar. Ja, 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 höre ich, höre ich dauernd. Ja, ja, wie wäre es vielleicht mit blauen Herzen? Ja, ja, habe ich vor. Wobei, ich könnte auch mal wieder zu Satan gehen. Ähm, ich behalte mal den Rusted Key. Ja, 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 oder nein, komm. Go to brauche ich nicht. So, tschüssi Kowski. Und das Spiel hängt schon wieder. Ja, ja, warten wir ein bisschen. Währenddessen können wir über Liebesleben reden. Liebesleben reden. Na, wen lebt ihr sonst noch so um, außer mich? Na, niemand. Das dachte ich mir doch, aber ist ja keine Schande. So. Nein, ich behalte Wirt. Ich wollte es einsetzen, aber. Na, komm. Na, komm. Vielleicht werde ich es irgendwann dringend brauchen. Und ich will wieder Tears abhaben. Lieber Gott. So, lasse mich doch den Kleiderbügel finden, oder? Super Greed! Yay! Na, das wird ein Spaß. Mit Tears Down. Ja. Ohne das Buch. Geile Scheiße. Wow. Ich hätte große Lust, hier einfach rauszugehen. Ah. Ja, es waren gleich neue. Weißt du, ich brauche fünf Minuten, um die einen kaputt zu machen. Dann kommt sofort neue. Ja, klar. Schieß einfach mal in die Richtung, in die ich gehen werde. Das weiß ich ja. Du kannst ja in die Zukunft blicken. Du verdammter Shop-Besitzer. Du, wenn niemand bei dir einkaufen geht, und du dich aufhängst. Das ist doch nicht mein Problem. Was hab ich... Oh, was hab ich denn mit zu tun? Oh, oh, oh. Ey, Bart, hab ich nicht mehr genug Gas, um zu furzen. Oh, ich hab ihn nicht mal zur Hälfte. Oh, Gott. Bitte einfach sterben. Sterben. Ah. Töten. Muss töten. Weißt du, du nervst. Ah, die Musik ist cool. Ja. Super. Hilft mir ja viel. Wie die auch einfach nicht kaputt gehen, diese kleinen, hüpfenden Köpfe. Gott. Ja, neue. Perfekt. Als ob ich mit den beiden anderen nicht genug Spaß hätte. Ja. Nehme ich halt noch mehr Schaden. Wisst ihr, warum ich so viel Schaden nehme? Weil ich das Buch nicht hab und Tears Down. Ja, deswegen. Endlich ist der Tod. Oh, Gott. No. Komm schon, bleibt doch einfach stehen. Dankeschön. Menschenskinder. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los von dem ganzen blauen Herz. Meine ganzen... What the fuck? Seit wann sind die so schnell? Ja, klar. Es macht ihr mich wieder aggressiv, ey. Gibt's doch nicht. Das geht's doch. Halt die Schnauze. Oh. Ja, ihr. Ja, ihr. Wie ich euch hasse, ey. Ihr seid so beschissenen Enemies. Ja. Ja. Anglizismen. Ja. Genau. Nur für etwas andere Art. Ja, ich lauf ins Feuer rein. Ist schon recht. Wisst ihr was? Nur wegen euch, weil ihr mich so nervt. Ja, genau deswegen. Weil ihr mich einfach nervt. So, wenn... Da muss jetzt was richtig bahnbrechendes, abartig geiles drin sein, damit ich wieder gut drauf bin. Oh, ey. Ich könnte heulen. Warum? Warum? Ja, war klar, dass ihr nicht ohne Schaden rauskommen. Es war so klar. Es macht euch einen Spaß. La, la, la. Meine ganzen blauen Herzen sind weg. Und dank wem? Dank super fett. Reed. Scheiße. Weee. Danke viel. Nochmal Teerstown, als ob einmal nicht genug wäre. Nein. Wir haben nochmal Teerstown. Das kann er gut gebrauchen. Ah. Warum spiele ich das eigentlich? Warum spiele ich das? Ah. Soundception. Mal ehrlich. Warum spiele ich das überhaupt noch? Ich habe Mom schon 500 Mal gekillt. Wie oft soll ich sie noch killen? Nur Nerven damit. Nur Nerven. Mann. Vielleicht werde ich einfach alt. Vielleicht werde ich zu alt für das Spiel. Irgendwann hat es sich nicht ausgeeisekt. Hey, wow. Ich bin ja so stolz auf dich. Hey, ja, 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 ja. Hey, ja, ja. Hey, muchachos. Geht weg, ihr blöden. 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 Radioaktiv. Versäuchten fliegen. Geht doch wieder zu eurem Atommüll. Ist mir scheißegal. Oh. Ah. Nervig. Echt. Komm schon. Na, okay. Ist ja wenigstens einmal benützlich. Vielleicht gibt es ja noch ein Arcade. Das wäre ganz super. Ganz tolle Polly. Oh, viel Geld. Die Dimes. Die sind schön viel Geld. Oh. Papa hat die nicht vergessen. Bei Mr. Krabs. So, jetzt könnte ich ja auch in diesen Challenge-Raum rein. Aber hey. So, ich lasse den Grün mal am Leben. Vielleicht. Gewährt er mir Zugang zu einem der beiden Schlüssel. Oder sogar zu beiden. Wer weiß. Oh. Nein. 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 Etwas weiter hier rüber. Komm schon. Ich weiß, du kannst das. Ich weiß, du kannst das. Ah. So knapp. Ah. So knapp. Komm schon. Nein. Jetzt aber. Komm schon. Ich weiß, du kannst das. Komm schon. Ich glaube nicht. Ah. Komm schon. Komm schon, Leopold. Bitte. Leopold. Troste mich. Bitte, Leopold. Bup. Komm schon. Bup. Bup. Mua. 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 Hey. Danke, Leopold. Jetzt stirbst du. Tschüss. Ja. So kann man den Part auch wohl bekommen. Nicht wahr? Ach ja. So. Wo gehe ich eigentlich lang? Gehe ich in Richtung Boss? Kann gut sein. Könnte aber auch der falsche Weg sein. Ah. Moment mal. Nee. Der andere Weg bin ich ja schon gegangen. Also gehe ich Richtung Boss. Komm, ich renne sie einfach mit meinem Cube of Beat tot. Geht gar nicht. Kann man sich einfach funktionieren? Naja, teilweise. Bäm. So, da könnte ich rein. Na, bist du da. Betten trifft mich eh mal. Wie immer. Verdammte, bist du da, weil das einfach zu viele sind. Und wegen Tears down, nicht zu vergessen. Tears down kann man dann alle mit dir schuld geben. Ja, war ja so. Ja. Ja. Nächstes kann ich sie totfurzen. Das hat auch was. Oh, wie ich Tears down hasse. Wie ich Tears down hasse. Ich verachte nichts mehr als Tears down. Ich meine, teilweise ist mir sogar Half down lieber. Mal ohne Scheiß. Ja. Ist so. Ich habe auf dem Wiki, da gibt es ja immer so Abstimmungen irgendwie. Da habe ich mal gesehen, dass die meisten Half down am schlimmsten finden. Von den Pillen. Aber ich finde Tears down am schlimmsten. Und Lockdown finden sie, glaube ich, auch immer noch schlimmer als Tears down. What the hell? Lockdown ist mir so scheißegal. Na gut, manchmal. Na gut, das ist schon nervig, aber. Oh, du fallen. Oh, du fallen. An den habe ich gerade gedacht. Unheimlich. Naja. Ja, jedenfalls Tears down finde ich mit Abstand am schlimmsten. Weil es einfach scheiße ist. Scheiße Popeye. Ja, es ist nicht einfach nur scheiße. Es ist scheiße Popeye. Da hört bei mir schon alles auf. So, ich mache immer noch höllischen Schaden. Das ist das Gute dran. Lalala. Der eine dürfte auch gleich tot sein. So, gleich ist gut. Demnächst dann halt. Komm schon. Ja. Na, was? 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 Sag mal, schätze ich dich gerade total falsch ein? Oder bin ich einfach nur dumm? Beides. Oh. Yes. Ich liebe Technologie. Wer liebt Technologie nicht? Wer liebt Technologie nicht? Niemand. Heißt der beste Items ever, Leute? Bam, bam, bam. Bam, bam. 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 Bam, bam. Bam, 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 bam. 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 Laser. Oh, yeah.